Willkommen auf unserem Kanal. Hier veröffentliche ich Testberichte über die besten Elektronik und Haushaltsgeräte. Heute habe ich das Siemens WU14 UT20 Waschmaschine im Test. Haben Sie etwas über dieses Modell zu sagen? Schreiben Sie es gerne in den Kommentaren. Und wenn Sie mit dem Gedanken spielen, sich dieses Gerät zu kaufen, schauen Sie sich gerne die Links in der Beschreibung unter dem Video an. Dort finden Sie den aktuellen Preis und die Verfügbarkeit im Handel. Genug geredet. Kommen wir nun zum Testbericht. Waschmaschinen mit jeder Menge Installationsmöglichkeiten. Bei manchen Küchen ist es gar nicht so einfach, eine Waschmaschine aufzustellen. Unsere unterbaufähigen Geräte lassen sich entweder freistehend oder ganz praktisch unter der Arbeitsfläche in der Küche installieren. Clevere Optionen für blitzsaubere Wäsche in weniger Zeit. Keine Zeit für einen vollen Waschgang? Die Option VarioSpeed hilft Ihnen, wertvolle Zeit zu sparen. Stellen Sie einfach die gewünschte Laufzeit ein oder nutzen Sie die Programme Super 15 und Super 30, die Ihnen in nur 15 oder 30 Minuten perfekt saubere Wäsche liefern. Die zahlreichen Funktionen und Optionen immer im Blick. Einfach anzuwenden durch Sensortasten. Großes LED-Display. Die zahlreichen Funktionen und Optionen immer im Blick. Einfach anzuwenden durch Sensortasten. Großes LED-Display. Schonende Reinigung für Ihre Outdoor-Bekleidung. Outdoor-Textilien müssen besonders schonend behandelt werden. Vor allem beim Trocknen. Denn verklebte Nähte, Membranbeschichtungen und wasserabweisende Materialien vertragen keine starke Hitze. Das Outdoor-Programm wäscht alles bei konstant niedriger Temperatur und misst permanent die Feuchtigkeit, damit alles richtig schön rein wird. Effizient, langlebig und leise. IQ Drive. Ob weniger Energieverbrauch bei gleicher Leistung, kurze Programmzeiten mit besten Ergebnissen oder selbst bei höchsten Schleuderzahlen angenehm leise. Das alles ist für den bürstenlosen IQ Drive Motor kein Problem. Und bei all diesen Vorteilen läuft er noch nahezu verschleißfrei. Besonders effektive und extrem schonende Wäschepflege. Soft-Trommel. Die besonders schonende Soft-Trommel gestattet eine noch schnellere Durchflutung ihrer Wäsche. Wirkungsvoll unterstützt durch die neuen asymmetrischen Mitnehmer. Somit ist eine schnelle, sichere und schonende Wäschepflege gewährleistet. Volt-Monitor. Volt-Monitor für zuverlässige Informationen über Schwankungen in der Stromzufuhr. Ich habe mir die Bewertung von echten Nutzern angesehen und die wichtigsten Beschwerden hervorgehoben. Das Schlauchmaterial wirkt härter und spröder. Der Schlauchhalter hinten fehlt. Und hier ist, was den Kunden am besten gefallen hat. Leichter Einbau. Tolle Programme. Funktioniert unfassbar leise. Waschergebnis ist top. Steht super fest. Kann während des Waschens Wäsche hinzufügen. Damit ist unser Test der Siemens WU14 UT20 Waschmaschine nun abgeschlossen. Gefällt Ihnen dieses Modell und möchten Sie den aktuellen Preis wissen? Schauen Sie sich gerne die Beschreibung unter dem Video an. Dort finden Sie alle Links, die Sie brauchen. Haben Sie Fragen? Schreiben Sie sie in die Kommentare. Ich werde sie gerne beantworten. Ich freue mich, wenn Sie dem Video ein Like geben und uns abonnieren. Ich bin schon dabei, das nächste Video zu erstellen. Um es nicht zu verpassen, klicken Sie gerne auf die Glocke. Bis dahin.